Servus Leute, da sind wir wieder mit Deadpool. Das wird wahrscheinlich eine unserer letzten Folgen, wenn nicht sogar die letzte, denn der letzte Kampf steht an gegen die Sinisters. Es ist so lange her, dass ich ein Video rausgebracht habe, es tut mir furchtbar leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Das große Problem war, zum einen, es war Dezember. Zum einen, es war Dezember, es war Weihnachten, es war hier Silvester. Alles, was sie tun, familiäre Sachen, man musste sich drum kümmern. Und dann war Januar, da sind dann die restlichen Treffen passiert, wo man sich drum kümmern musste. Oh, rotes X. Egal, auf jeden Fall, genau, es war sehr stressig für mich, muss ich sagen. Sehr, sehr stressig. Den ganzen Januar ist auch mein Internet nicht gegangen. Hier, ich habe mich mehrfach bei meinem Provider beschwert. Ich will jetzt mal keine Namen nennen, weil es ja inzwischen endlich wieder geht. Aber okay, auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt gibt es auch wieder Videos. Gescheit, hoffentlich auch jeden Tag. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es schaffe, aber ich denke doch. So, und jetzt muss ich irgendwie schaffen, diese Sinisters kaputt zu machen. Hm, bis jetzt laufe ich ja nur weg, mal sehen. Okay, das ist ja schon mal kein schlechter Start. Erstmal ein bisschen Blade Wirbel. Ja, komm, komm, geh drauf, du Wurst. Uh, ich glaube, ein bisschen ausweichen. Wie wär's mit... Oh, komm schon! Die haben einfach mein Momentum gerade verbraucht. Das ist ja jetzt nicht so geil. Au. Okay, was mache ich denn jetzt? Bin gerade etwas verwirrt. Full Momentum. Dann können wir es ja jetzt vielleicht benutzen. Kablam! Einer. Und noch einer! Ah, so gefällt mir der Shit. Erstmal gleich zwei auf einmal erwischt. Uh! Oh Gott. Wie viele sind es jetzt? Wieder zwei? Ist ja fast schon langweilig. Oh, lassen wir erstmal ein bisschen hier. Ah, Nummer drei. Aber ich hätte auch glatt gedacht, dass da einer mehr kommt. Aus irgendeinem Grund. Au. Bastards. Ähm, genau. Erstmal ein bisschen durch die Gegend laufen. Und Paumschalts machen. Ja, wieso nicht? Erstmal jedem einmal eins mitgeben. Dann. Komm, komm! Hab ich den jetzt erwischt? Ich hab ihn erwischt. Au, au, au. Lauf, 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 Deadpool, lauf. Wir sind halb tot. Wir müssen uns regenerieren. Oh. Ah, da sind wir wieder. Oh, ich geh da mal viel ab, der... Na, komm. Trau dich, trau dich. Ohne deine Buddies bist du nichts, Junge. You nichts bist du. Erstmal Blade ins Gesicht, so richtig schön. So gehört sich das. Au, au, au. Nein, das ist in Ordnung. So, jetzt wo wir ein bisschen gelaufen sind, geht's wieder. Obliterate this Abomination. Okay. Das ist nicht gerade easy, hier auszuweichen. Ich weiß nicht, soll ich... Den kann ich ein bisschen abschießen vielleicht. Alles klar. Was mitgeben da? Ein oder zwei Schläge mal. Ist das nie verkehrt. Au. Au. Oh, 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 oh. So dürfen sie mich nicht nochmal erwischen. Bin schon wieder viel zu nah am Abgrund. Ich laufe immer gerne um die Pfosten rum, weil... Ja, da können sie mich nicht erwischen. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Damp nochmal. Aber es macht nichts, der ist jetzt hinüber. Weg bist du. Uh, lauf, lauf, lauf. Wenn du nur einen erwischst hier, das macht nichts. Obwohl einer weg ist, wird's leichter. Damp nochmal. Jawoll. Gibt's ihm so richtig, Deadpool. Woo. Der ist ja einfach köpfen. Das ist irgendwie ziemlich easy teilweise. Ich weiß nicht. Anscheinend hat mein Unterbewusstsein diesen Kampf perfundiert. Ich weiß es nicht genau. Wow. Das letzte Mal, wo ich den versucht habe. Und ich hab's zwischen den Aufnahmen tatsächlich ein paar Mal versucht. Hatt ich keine Chance. Ist aber auch schon ziemlich lang her jetzt. Also, keine Ahnung, was da los ist. Au. Woher wusstest du, dass ich da lande? Oh, komm schon. Ich hab' umschlag gedrückt, verdammt nochmal. Komm, komm, komm. Jawoll, weg bist du. Keine Chance, dass der dann davon nochmal aufsteht. Außer er cheatet. Wie ich den aufschnetzel. Und weg ist er. Nice. Oh, da kommt schon wieder der Nächste. Was für ein Bastard. Viele sind es denn dieses Mal. Zwei haben wir jetzt schon. Ja, Schnauze-Sinister. Drei. Vier. Okay. Ich denke mal, es wird bei vier bleiben. So weit bin ich übrigens noch nie gekommen, woher. Oh, warte mal. Es sind fünf. Ah, das ist scheiße. Jetzt erstmal eine Granate schmeißen. Genau. Ich schmeiß jetzt erstmal alle Granate. Oh, der hat zerfetzt. Was hat's denn? Au. 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 Au, 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 au. Lauf, lauf, lauf. Es ist relativ eintönig, aber manchmal muss man auf Feiglingstaktik zurückgreifen. Es geht nicht anders. Ah, Hilfe. Uh, cheese. Oh, das war knapp. So, wie wäre es mal mit ein paar anderen Granaten? Das wäre doch mal was Feines, oder? Ja? Na, schau, schon haben wir wieder einen. Ah, der Nächsten? Jawohl, den haben wir auch noch bekommen. Jawolligen. So viel macht mal eine andere Granate aus, wenn man sich ein bisschen auskennt. Komm schon, hau raus. Ah, die hat nicht getroffen. Egal. Mehr Granaten. Den hab ich erwischt. Ah, wieder einer weg. Uh, Monies. More Monies. Und Grenades. Komm. Jawohl. Gib's mir. Wuhu. Und der letzte. Ah, fast. Geh schnitzelig auf. Flippin' Sinister hier. Glaub, da kannst du mit Deadpool aufnehmen. Wuhu. Es gibt einen zerschnetzelnden Hintern. Sehr ekelhaft. Interessant. Du siehst ein bisschen dumm aus. Oh, man, ja. So, wie wär's, wenn wir dir noch ein paar Waffen reinhauen. Oh Gott, wie's den zerfetzt hat. War's das jetzt? Haben wir's tatsächlich geschafft? Ey, was will denn Wolverine jetzt doch hier? Der Kampf ist doch vorbei. Oh. Da ist noch eins. Und Bull, you are a repugnant. Hm. Ja, ja. Vielen Dank für die, äh, nette Erklärung. Woa. Can you believe it? You know, I wasn't sure how you do, but gotta say, you crushed it. Well, we crushed it. Aha. We make an amazing team. Dearly brings us to tears. We should do this more often. Unbedingt. We thought it'd be better for the game if we did it this way. You know, giving you the glory after we did all the work. Was? Just push your button to execute our super awesome amazing plan. Ist das so? Ja, warten wir ein bisschen. Shut up, stupid. Don't spoil it. Go ahead, player. Whenever you're ready. Okay. Just push the button. Oh, did you want to go make a sandwich while the master villain stands behind me ready to strike? Oh, I'll go right ahead. We'll wait. Yep. I know it can be hard to execute a long string of button presses like this one, but you can do it. We believe in you. Ich muss da eine Taste drücken. Still here, FYI. Ja, ist klar. Ist so in Ordnung. Come on, player. Come on. We've climbed the mountaintop together. Don't give up now. Ich hab dich aufgegeben. Ich will dich bloß ein paar Mal deine Arschkratze sehen. This totally reminds me of that one time with those other dudes when we totally did that one thing and everyone busted up laughing because once his name fell over to that other guy and we were all like, Push the damn button! Okay, okay. Okay, okay. Oh, der Stiefel. Peace out. Wait, that was the real sinister, right? Ich denke schon. Oh, der Stiefel. Oh, der Stiefel. Oh, der Stiefel. We're done here. Woohoo! Woohoo! Deadpool! Geschrieben von Deadpool. Was zum Teufel ist dieses Spiel? Ja, irgendwie schon. Hey, hey. You did it, buddy. Look, I know we've had our differences, but look, I'll admit it. The game rocks. You rock, pal. Pal? And I hate to admit this, but we're actually not that much over budget. I didn't want to tell you that before, but now that the game's over, you know. Hey, Peter. Uh, yeah. Get your checkbook ready. No, you're going over budget, dammit! You gotta stop! Deadpool! Und damit ist das Deadpool Let's Play vorbei. God, das hat lang gedauert. Der Text von dem Song. Er ist ein harter Kerl. Was? Jawoll. Wo, ich will die Bedeutung. Ich werde das besser than the rest. Reut auf Weapon X, well, we'll see who's next. Wut, who's next. Woah! Can't expect a miracle, betting on a devil. I'm your best friend, if you keep my money level. Devil without a gun, I don't know how to finish it out. Survival plans, the plans, I ever think about. That's right, bitch. Oh, dieses Spiel. Am Schluss gibt's noch Rap, natürlich. Was auch sonst. Auf jeden Fall, Leute, ich lass das jetzt noch auslaufen. Damit ist Deadpool zu Ende. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch in den Folgen, wo ich irgendwie angepisst war. Ähm, war es doch irgendwie lustig, muss ich sagen. Das waren auch nur sehr wenige, die letzten paar, weil das Level als Schwierigkeit einfach sich so dermaßen erhöht hat. Aber es ging. Und ich bin mit dem Spiel gewachsen, würde ich mal sagen. In einen irren Spinner. Und damit, peace out. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017